In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit dem Leica 3D-Disto schnell und einfach eine digitale Vorlage für Arbeitsplatten erstellen können. Wenn Sie den 3D-Disto einschalten, beginnt er sich selbst zu nivellieren. Anschließend doppelklicken Sie auf das 3D-Disto-Symbol auf Ihrem Gerät, um die Software zu starten. Verbinden Sie Ihr Windows-Gerät über WLAN oder USB-Kabel mit dem 3D-Disto. Erstellen Sie dann ein neues Projekt und benennen Sie es entsprechend. Verwenden Sie den Laserstrahl oder die eingebaute Kamera, um den Punkt anzuvisieren, den Sie messen möchten. Sie können die Pfeiltasten auf der Fernbedienung verwenden oder direkt auf den Bildschirm tippen und der 3D-Disto bewegt sich automatisch zu dieser Position. Oder Sie bewegen den Kopf des 3D-Distos manuell in die gewünschte Position. Um die Punkte zu erfassen, verwenden Sie die Software auf Ihrem Gerät oder die Fernbedienung. Beginnen Sie mit dem Messen von Punkten, um die Bezugsebene der Oberfläche festzulegen. Erfassen Sie den gesamten Umriss der Schränke. Als nächstes messen Sie Punkte entlang der Wände. Sie können auch die Linienscan-Funktion verwenden, damit der 3D-Disto automatisch Punkte innerhalb des definierten Raums und der Richtung erfasst. Messen Sie die Öffnungen der Spüle und oder des Ofens aus. Die Zielscheiben können hilfreich sein, um alle erforderlichen Punkte zu erhalten. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um Bilder zu machen. Dies ist bei komplexen Formen sehr nützlich. Zeit für eine letzte Kontrolle vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes. Mit den Bearbeitungsfunktionen können Sie Linien und Punkte noch vor Ort anpassen oder ändern. Die Zeichnung kann nun gespeichert werden. Generieren Sie Exportdaten, die 2D- und 3D-CAD-Dateien und Bilder enthalten. Dank des 3D-Disto wurde eine digitale Schablone schnell und präzise erstellt, wodurch kostspielige Fehler vermieden werden konnten. Importieren Sie die Zeichnungen in die CAD-CAM-Software Ihrer CNC-Maschine zur Feinabstimmung. Und wenn Sie fertig sind, beginnen Sie mit der Herstellung der Arbeitsplatte. Die Küchenarbeitsplatte passt perfekt, dank den genauen Messungen des 3D-Distos.